Ich wollte Ihnen noch die Kirchezeiten vom Steinweg ausgesehen. Und hier steht ein Haus, was demnächst abgerissen werden soll. Und entsprechend brach liegt alles. Weil die Stadt hier aus Richtung Osten. Und im Hintergrund haben wir Merklingen. Und dann geht es da oben zum Enzkreis rüber. So genau wissen wir nicht, was wo und wie ist. Hier ist halt der Steinweg. Der ist ja neu gemacht worden mit diesem neuen Geländer. Das war's. Tschüss.